Gute! So, Goldsucher! und ich weiß nicht mal ob ich nicht einfach die sperrträger überspringe und kann trainiert werden du kriegst noch ein mädchen für das drei familienhaus und ich glaube dann haben wir es mit den häusern erst einmal nahrung wird immer noch schön eingelagert du hast gar nichts zu tun das heißt du jetzt weiter bierbrauerei aus damit wir mehr bier kriegen so hier wird für leder und nahrung gesorgt ach du pinst grad ne halt du machst liebe ok du tischle machst mir mal möbel und ja hier gibt es noch mehr als genug wald drumherum was die holzfelder erstmal abholzen können nahrung überall rein hier wird schon wieder eingelagert ja ich würde meinen bäcker gerne verbieten die häusern einzulagern so ihr kriegt mal jungen und ja mein träger kann jetzt langsam mal wieder der bäckerei arbeiten ok wir haben bald die hälfte der nahrung die wir für die jungs hier oben brauchen eingelagert die weizen wird eingelagert das ist gut gut schuster mal schuster mal schuster mal viel so in der möbelwerkstatt werden möbel hergestellt wir stellen das noch mal auf 9 hoch so drei familien haus ist auch fertig das heißt es wird gerade noch die goldmühle und ja wahrscheinlich zum goldschmelzen ja dafür brauche ich heute zum eisen holzeisen für die rüstungsschmiede holzeisen für die waffenschmiede holzeisen für die werkzeugschmiede und der goldschmiede braucht auch holz und goldnuggets deswegen baue ich eine ständig laufende holzproduktion hier ja wenn es sein muss muss ich irgendwann mit meinen holzpferde an diese wälder verlegen aber im augenblick ist hier noch mehr als genug holz ja wenn du tischler gelernt hast machst du erstmal in der werkzeugschreinerei die holzwerkzeuge die ich in auftrag gegeben hab doch fertig nahrung 13 mittlerweile ja hast tischler erfunden gut muss noch fünf stücke herstellen oh ach ja der lebensdamm da Steinmetz so goldmine ist fertig das heißt wir produzieren jetzt dann gold du bist erwachsen gut wir kriegen schuhe rein das ist auch gut ihr beide heiratet jetzt muss ich dass frauen keine schuhe kriegen und weil lustig das ist ja in der heutigen zeit grenzdebil jetzt habe ich es auch noch angesprochen 15 nahrung mittlerweile gut ich könnte meine eisenmine voll da oben auf den berg stellen aber ne hier hinterm haus die ist nämlich recht klein die braucht nicht ganz so viel platz du sammeln du sammelst schön goldnuggets das ist gut und das ist ja jetzt runter und nahrung sind hier drin in der schußerei wird noch fleißig gearbeitet weil wir immer noch schuhmangel haben So, da meine Bauarbeiter fast nichts zu tun haben. So, du bist erwachsen, das heißt hier die Schule mit dir. Du bist erwachsen, das heißt hier die Schule mit dir. Den Bierbrauer zu entlasten brauchen wir jetzt gerade noch nicht direkt. So, das heißt ich brauche einen Lebenssammler. Und einen Farmer. Goldsuche erfunden, sehr schön. Das heißt du wirst jetzt Goldschmied. Und du ziehst hier ein und wirst Pilzsammler. Und du ziehst da ein und wirst Eisenschürfer. Die Jungs sind noch friedlich, das ist gut. Bierbrauer braucht Schuhe. Okay, wir haben jetzt die 20 Nahrung. Jetzt sind wir neutral mit den Räubern. Und wir werden diese Einstellung nicht mehr ändern. Oh, und ich merke gerade, sie sind 5 Leute. So, du bist jetzt Schuster, das ist gut. Stell weiter Schuhe her, bis wir so 10 haben. Kann ich dich mal beschränken ein bisschen. Du töpferst mal wieder Geschirr. Du schreierst mal Werkzeug. So, jetzt brauche ich wenigstens mir keine Sorgen mehr, um die Räuber da oben zu machen. Dass sie uns aus Versehen angreifen oder weil wir zu nah rangehen halt. Oh, Elend der Eindringlinge. Sollte es einer oder der Leute wagen sich uns zu nähern, werden wir sofort angreifen. Oh, soll das der erste Angriff sein? Interessant. Jetzt legen sich die Räuber mit den... ...und wir wissen jetzt wenigstens, wo sie sind und wie stark sie wirklich bewaffnet sind. Ach du meine Güte. Das war ein schneller Angriff, aber wir müssen... ...wir wissen, dass wir handeln müssen. So, stell doch mal 5 Holzwerkzeuge her. Sicher ist sicher. Schuster stehlt weiter Schuhe her. Das ist gut. Die Räuber greifen an. Ach du meine Güte. Das ist klar. Bistere. Kost der Bistere. Da ist das auch noch besser. Kost der Bistere. Vielen Dank.